Möbel mit Longlife sind Möbel fürs Leben und das ist nicht nur ein Verkaufsslogan. Longlife bei Valdapone ist das einzige Polsterleder seiner Art mit echtem Anti-Aging-System gegen vorzeitiges Altern. Die Erfahrung aus über einem Jahrzehnt beweist, wie komfortabel Longlife Polsterleder ist und vor allem über viele Jahre bleibt. Longlife bei Valdapone gibt es in sechs unterschiedlichen Lederqualitäten. Alle Oberflächen sind mit einem strapazierfähigen, mikroporösen Schutz veredelt. Und so bietet Longlife bei Valdapone alles, was schön ist. Zur Wahl steht unser umfassendes Programm, das an Formen, Farben und Funktionalität keine Wünsche offen lässt. Entdecken auch Sie die Vielfalt und wählen Sie aus 40 traumhaft schönen Farben Ihren Favoriten. Durch die einzigartige Oberflächenveredelung mit Langzeitwirkung und Anti-Aging-System ist das Polsterleder von Longlife bei Valdapone widerstandsfähiger gegen die Beanspruchungen des täglichen Lebens, aber auch gegen aggressive UV-Strahlen und vorzeitiges Altern. Für alle, die einen besonderen Anspruch an Natürlichkeit und Echtheit haben, ist Longlife Liberty die richtige Wahl. Die zertifizierte FOC-Gerbung ohne Schwermetalle garantiert bedenkenlose Nutzung. Rein pflanzliche Gerbstoffe verleihen maximalen Komfort und unübertroffene Natürlichkeit. Daraus resultiert der neutrale pH-Wert, besonders wichtig für Allergiker. So garantiert Longlife Liberty bei verbesserter Atmungsaktivität höchste Lebensdauer und maximale Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Sie haben die Wahl zwischen zwei Qualitäten in den schönsten Farben. Longlife Liberty Alex, unser hochwertiges Nappa-Leder mit kuschelig-weichem Griff. Oder entscheiden Sie sich für Longlife Liberty Domino, softes Naturleder mit feiner Struktur und schönem Narbenbild. Egal für welches Longlife-Leder Sie sich entscheiden, eins haben alle gemeinsam. Die veredelte Oberfläche für besondere Strapazierfähigkeit und den Anti-Aging-Effekt gegen vorzeitiges Altern. Dieser Schutz lässt sich durch das mitgelieferte Longlife-Pflegeset jederzeit ganz einfach auffrischen. Tägliche Katastrophen verlieren so Ihren Schrecken, denn fast alle Flecken lassen sich im Nu entfernen. Nehmen Sie den groben Schmutz einfach mit einem weichen Tuch auf. Geben Sie etwas Cleaner-Emulsion auf den mitgelieferten Schwamm, kurz durchkneten und schon lässt sich fast jeder Schmutz rückstandslos beseitigen. Um der Oberfläche Ihren bewährten Schutz zurückzugeben, geben Sie einige Tropfen der Protektor-Creme auf den ebenfalls mitgelieferten weißen Vlies und versiegeln Sie so die Oberfläche wie am ersten Tag. So geschützt bewahren die Polsterleder von Longlife bei Valdapone ihre einzigartige Schönheit. Dafür verbürgen wir uns mit einer 5-Jahres-Garantie auf Pflegeleichtigkeit und Lichtechtheit. Es ist wirklich etwas Besonderes, ein repräsentatives Möbelstück mit dem Original-Möbelleder Longlife sein Eigen nennen zu dürfen. Aber noch schöner ist die Gewissheit, dass dieses Polsterleder über viele Jahre schön bleiben wird. Longlife bei Valdapone – das einzige Polsterleder, das mehr hält als wir versprechen. Nur echt mit dem Longlife-Siegel. Vielen Dank. Vielen Dank.